Das Web-Video, ein Massenmedium. Die großen Portale, ein Massenangebot. Nicht jedermanns Geschmack, sich dort einzureihen, wenn es um Geschäftsinteressen geht. Darauf setzt businessworld.de, die Plattform des Würzburger Verlags Schimmel Media. 5000 Business-Videos bietet das Portal heute mit monatlich 10.000 Nutzern. Natürlich ist die Reichweite und der Bekanntheitsgrad von der YouTube höher, aber ich möchte natürlich speziell in der Business-to-Business-Kommunikation meine Zielgruppe erreichen und dann auch in einem zielgruppengerechten Umfeld auftreten. Wird man sie dann genauso leicht finden, wie wenn man jetzt beispielsweise auf YouTube einstellt? Zu den richtigen Themen schon. Der Vorteil, Querverweise und verwandte Videos haben immer nur einen Inhalt, geschäftliches. Das macht Recherchen komfortabel und schnell. Wenn Sie eine Business-Zielgruppe ansprechen wollen, ist für Sie auch das Business-Umfeld und die Empfängerschaft wichtig. Die finden Sie bei businessworld.de. Und wie sieht das dann in der Praxis aus? Sie laden bis zu 20 Videos kostenlos hoch, bekommen von einem eigenen Channel eingerichtet, können von dort aus die Videos auf Ihrer Homepage einbinden und sind natürlich auf businessworld.de präsent. Businessworld.de wächst kontinuierlich. Wie schnell und wie lange, das wird der Markt entscheiden. Für Unternehmen jedenfalls eine wichtige Plattform, die zusätzlich für Ihre Auffindbarkeit im Web sorgen wollen.